Moin Moin Hallo Herzlich Willkommen zu eurer neuen Folge Craft the World Wir bauen weiter unser Haus in die Höhe so hoch bis wie es nur geht damit wir hier das alles schön weiter bauen können Weil haben wir eigentlich jetzt genug Holz damit sollen wir erstmal alles nebenbei hier ausmachen was auch läuft Ähm Ja und Holz haben ja genug da Silbererz, Eisenerz einiges da, Stein ist da Ja Ich werde jetzt mal wieder schauen was noch zu tun ist Erstmal müssen die eigentlich hier alles zurückholen was sie erarbeitet haben Und dann letztes Mal Holz ist schon heute wieder neu gewachsen aber da kümmern wir uns dann wieder später drum Und zwar muss ich ja noch diese Nonstabelle kommt auch bald 12 Minuten 30 Sekunden Und dann müssen wir gewappnet sein jetzt noch nicht fertig hier Steinmauer kurz noch eine Steinmauer bauen und zwar heute will Stein und noch ein Wasser und Sand Ich muss wohl mal wieder ein bisschen Wasser mehr holen Das wäre ganz gut Hier hat Wasser weg geholen Also was so überflüssig ist Wasser sammeln Wasser sammeln Wasser sammeln Wasser sammeln Einfach mal wieder ein bisschen was da ist an Vorrat an Vorrat haben wir nämlich die Technologie auch schon fertig hier die grundlegenden Steinarbeiten und können dann mit Landwirtschaft weitermachen Da kann ich hier nämlich dann gleich die Mühle die Mühle dazu stellen wenn ich die bauen kann dann dann kann ich hier die Holzsachen bauen und Holzturm Domspitze Metalltruhe ein fester Rucksack wenn ich ja alles wenn ich das unbedingt jetzt brauche aber wenigstens um dann weiter zu kommen in der Forschung gucken wir was dann für alles brauchen da haben wir Szenologie abgeschlossen und damit können wir nämlich nun weiter machen die Mühle können wir bauen in die Mühle Nee So Ja Fenster gerade nicht Was ist hier noch? Zauberwald Dieser Zauber sorgt dafür dass im Zielgebiet mehrere Bäume sofort wachsen Ja ist ganz nett aber jetzt nicht unbedingt nötig Sieb noch Was haben wir hier noch? Einen festen Rucksack Erhöht die Anzahl der Gegenstände die ein Zweck tragen kann um zwei Oh Es ist wie finde ich nicht so wichtig weil das dauert alles ja ein bisschen aber auch nicht so lange dass alles so unfällig wäre Wahrscheinlich hier eher ein 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 der einfachste Verteidigungsturm erschießt automatische Pfeile auf Monster Interessant Lass mal die Mühle kurz Ein Verteidigungsturm das ist doch mal was ganz Neues hier Muss ich mir ja gleich mal angucken Jetzt haben wir noch Mehl Können wir jetzt machen Sodass wir dann wahrscheinlich dann wohl demnächst ein bisschen Brot machen können ne? Metalltruhe Metalltruhe nützliche Gieschelwert schauen können ja Da kommt ja auch so alles da aber wo war ich jetzt? Ich wollte die Mühle bauen da die Mühle Holz und Stein und noch Nägel und nochmal Holz und Holz und die Bretter muss ich wieder neue machen sehe ich gerade Mühle und eine Mühle herstellen So ich sehe schon dass die Monsterwelle schon wieder in weite Ferne und wenn wir hier so weit gehen Mehl Getreide alles gleich irgendwie in Angriff nehmen ah der nein der Holzturm ist natürlich eine Sache die extrem interessant ist ich brauche Bretter ich brauche schon mal wieder ein paar Bretter damit brauche ich Holz 1 2 3 4 komm bauen wir mal ein paar Bretter für mich und dann können wir uns vielleicht hier irgendwo einen Verteidigungsturm aufbauen weiß ich nicht ob das sind wo müssen wir mal ausprobieren dann den ersten vielleicht vor der Monsterwelle noch können wir den Feld noch machen oder kriegt auch die Zwerge kurz schlafen schicken wenn es notwendig ist wenn wir ihn hier irgendwie hinstellen vielleicht bringt es ja was oder ob die ganzen Monster da den erstmal platten machen jetzt haben wir hier erstmal was haben wir jetzt auch ein bisschen ne ja jetzt haben wir nochmal kurz Nacht und wenn die Nacht vorbei ist dann vielleicht schnell die Leute schlafen schicken und dann können wir auf die Monsterwelle und auf die Monsterwelle gefasst machen soo es wird dunkel wir können hier alles mal mitnehmen mal abholen wenn das alles mal mitkommt legt immer noch Fleisch rum und Wolle auch noch ja ja schon geht er jetzt los oder was alles alles abzuholen das kann sein und läuft dem weg in die Arme wenn irgendwelche Gegner mal spawnen würden weiter weiter habe ich reichlich kann ich schon den Wachtturm bauen Holzturm kein weiter fertig noch keine weiter fertig so nochmal hier reingeschaut den Wachtturm gleich bauen mal gucken was wir am sinnvollsten bauen was am einfachsten uns dann den Fortschritt bringt wenn der Wachtturm sich lohnt dann kann ich natürlich gleich davon ein paar mehr bauen dann müssen wir da mal schauen irgendwie Mehl herstellen auch gleich irgendwie Getreide ah da ist das der erste der erste Zombie ja wieder unterwegs achso jetzt hoffen wir alle zurück ja dann ist das ebenso ist das erstmal so und da kommen dann die nächsten Gegner da und er läuft ihnen direkt entgegen ne auch schön kann ich ja wieder mir ein Portal hier öffnen um die alle abzuholen das ist doch eigentlich ne Idee ne hier ein Portal und angreifen und dann und dann ja ist das Thema nämlich schon ganz schnell durch hoffentlich na ja so und das war's auch schon da will ich mich jetzt ganz schnell einer schläft schon das ist sehr gut so hier schlafen gehen 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 und schlafen gehen Und mal kurz den Feind angreifen. Und schlafen. Ja, und dann... ...haben wir ein munteres Geschnarch hier wieder. Wie so oft. Mit dem fleißigen Männchen hier. Der ist aber noch relativ fit. Na gut, so. Dann werden wir da an Brettern jetzt. Filme sind mit mir auch zu machen. Geht da auch noch hin. Und dann sind wir hoffentlich gleich... Wieso, da sind die schon mal die Nächsten, die fertig sind und nicht schlafen. Wir sind gleich gewappnet für die nächste Monsterwelle. Den, 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 den. Ja, hier unten... ...ist wieder... ...ist noch einiges zu tun, aber... ...wollen wir das alles hier abbauen. Da muss man ja nach und nach irgendwie gucken. Ich würde ja gerne alles irgendwie auf einmal machen, aber... ...das funktioniert ja leider nicht. Ich würde ja fast vergessen, den... ...ja, es bestimmt unten irgendwas... ...den Wachtturm zu bauen, den Holzturm. Und zwar brauchen wir dafür Holz. Ich brauche einen Holzbogen. Noch mal... ...Holz... ...und... ...Bretter... ...und Stahl zweimal. Ich brauche noch neues Stahl anscheinend. Öl noch. ...Nägel... ...und noch mal Bretter. Kann ich einen bauen. Schauen wir mal. Also ich brauche wohl auch neuen Stahl. Brauche ich Kohle und... ...Eisen... ...ja, ich brauche jetzt Kohle plötzlich. Die mir jetzt ausgegangen ist. Die geht es dann hier auch mitzuholen. Wenn ich hier mal weiter... ...weiter arbeite. Können wir jetzt kurz... ...in Angriff nehmen, ne? Immer ein paar Fackeln aufstellen. Dass wir auch... ...was sehen können. Wenn wir da schon arbeiten. Und dann geht's nämlich hier los. ...können wir noch mal eine Reihe... ...noch schnell abbauen bevor... ...die Monsterwelle kommt. ...die Monsterwelle kommt. ...Können wir hier wieder ein Portal setzen. ...Hallo? Ja. Ich dachte, das ist untergefallen. Aber es war nur... ...zugeschädigt... ...oder nicht zugeschadet. Muss man so sagen. Nicht abbauen da. Ich hab ja jetzt hier noch diesen Zauber... ...mit dem ich... ...n bisschen eingreifen kann... ...in die Monsterwelle. Vielleicht hilft aber ein bisschen was. Mit Sicherheit nicht verkehrt. Da ist eine Münze für mich. Dann kann ich die nachher... ...später mal effektiv nutzen. Wenn jemand was kaufen will... ...auf die Schnelle... ...was ich nicht so schnell... ...abbauen kann. Dann... ...hatten Kohle hier... ...für der Stahl... ...kann dann noch hier gleich noch... ...weitig machen... ...ja... ...das ist so ein bisschen nett... ...dass sich... ...das Viechse hier... ...weiterarbeitet... ...und uns ein bisschen hilft. Auch nicht verkehrt. So... ...noch... ...4 Minuten 40... ...vielch das nächste Portal... ...wohl auch noch. Das fallen natürlich auch... ...alle da runter wieder. Natürlich nicht so schön. Dann kann ich vielleicht hier noch... ...nach ein Portal setzen... ...dann kann... ...die ganze Reihe noch abbauen... ...ja auch noch ne... ...sollte kein Problem... ...darstellen... ...und dann vielleicht... ...könnt ihr hier noch ein bisschen... ...weiter bauen... ...das ist... ...super... ...aber ich werde wohl... ...leider... ...doch... ...die Folge wieder... ...vor der Monsterwelle beenden... ...und dann die nächste... ...mit der Monsterwelle starten... ...den... ...den... ...sonst wird die Folge wieder... ...über 20 Minuten lang... ...und... ...das muss ja auch nicht sein... ...kommt... ...kommt... ...die hört mir überhaupt noch ran... ...oder... ...wie ist das... ...wenn wir alles da rausholen, ne... ...was sie jetzt haben... ...aber der Buch des Bergarbeiters... ...was sie auch irgendwie mal... ...nutzen... ...butes Holzfäller... ...butes Bergarbeiters... ...dass ich einfach irgendwelche Leute hier... ...mal... ...Holzfäller... ...mache... ...und... ...nein... ...das ist nicht geplant... ...und hier den... ...zum Beispiel... ...das Bergarbeiter... ...das hier ein bisschen... ...sinnvoll nutze... ...so... ...dann haben wir nämlich... ...die Sachen hier auch... ...alle abgebaut... ...hier ist nochmal... ...n bisschen Kohle noch mehr... ...ja... ...und dann... ...wieder anderen... ...als dann Holz... ...wieder schon wieder da ist, ne... ...die ersten... ...und... ...den ganzen Mist... ...die unten rausholen... ...oder... ...hier auch noch... ...das fertig... ...abfarmen... ...schön... ...dass sie ihren eigenen... ...Untergrund... ...wegnehmen... ...und dann will ich nämlich sagen... ...werden wir diese Folge... ...und... ...machen dann... ...in der nächsten Folge... ...mit der Monsterwelle weiter... ...also sehen wir uns... ...bis denn wieder... ...bis denn... ...tschüss... ...